Schai, du bist auch ganz toll, das ist Schai, ein sehr zutraulicher, netter, ganz toll. Sie pflegt ihn jeden Tag und küsst ihn jeden Tag, das tut den Junghunden so gut, wenn die so gut betreut werden, dadurch werden sie nicht scheu und das merkt man den Hunden hier total an, der Schai ist klasse, ganz toll.